Der neue Kia Soul, elektrisch, Baujahr 2023. Relativ kantig für einen kleinen Wagen, daraus resultiert aber auch, dass viel reingeht. Innen drin setzt sich das Ganze fort, teilweise glatte, reflektierende Flächen, ganz gerade Nähte, ergonomische Sitze, Hebelchen und Schalterchen, die so angeordnet sind, dass auch ein notorischer Bedienhandbuch-Lesungsverweigerer, sagen wir mal 90 Prozent aller Knöpfchen, genau dem richtigen Zweck zuordnen kann. Und da gibt es viele. Kernstück, 26 Zentimeter Display und diverse Instrumente, die mich entweder sehr, 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 sehr ökologisch oder aber auch sportlich fahren lassen. 200 PS hat der Kia, eine Batterie, die für maximal 450 Kilometer hält, verspricht Kia und Verbrauch von um und bei 15 Kilowattstunden. Also, ausreichende Ladefähigkeiten. Groß genug ist er auch. Die Passagiere im Fond haben relativ viel Platz. Der Kofferraum ist kleiner. Mit vier Leuten würde ich mit dem Auto mit Koffern nicht unbedingt in Urlaub fahren wollen. Aber mit zweien, mit mir und meinem Sohn, was Liam ist, ging das in Dänemark ganz vorzüglich. Dazu beschleunigt das Auto noch extravagant gut im Sportmodus und im Eco-Modus kommt er auch weit genug. Der Wagen lässt sich sehr sparsam fahren und vor allem durch den Eco-Modus und die Rekuperation, das heißt die Wiedergewinnung von Energie beim Bremsen. Da wird quasi keine Bremsscheibe und Bremszange verschlissen, sondern da wird das Ganze einfach vom E-Motor gebremst und wieder in Strom in die Batterie zurück transportiert. Kann man wirklich, wirklich sehr sparsam fahren. Man spricht sogar davon, dass er mit 15 Kilowattstunden auskommen kann. Das ist bei 50 Cent gerechnet gerade mal 7,50 Euro auf 100 Kilometer. Da rechnet sich das dann schon. Während er wieder lädt mit seiner Schnellladefunktion, schafft er es in ungefähr 50 Minuten 80 Prozent der Batterie vollzuladen. In der Zeit kann man auf einer Raststätte ganz gemütlich vielleicht ein Mittagessen einnehmen, seine E-Mails checken, Kaffee trinken und ein bisschen Kuchen oder was auch immer, um sich dann ganz gemütlich auf die Weiterfahrt vorzubereiten. Und ich kann nur sagen, nach ungefähr 1000 Kilometern, das macht sich ganz gut. Die meisten Menschen, die das Auto sehen, es ist ja so in dieser Farbkombination relativ ungewöhnlich, finden es ganz niedlich und prägnant ist es auf jeden Fall. Der eine oder andere hat gesagt, sieht ja aus wie ein Playmobil-Auto. Ist so ein bisschen kastig, Golf ID 3-Klasse in der Größe vom Innenraum her. Passagiere in der zweiten Reihe haben viel Platz. Die Koffer im Kofferraum eher weniger. Also mit vier Personen und Gepäck möchte ich damit nicht in Urlaub fahren. Für alles andere ist das prima. Der zieht ordentlich durch. Bei 175 ist er abgeregelt. Und wenn man im Eco-Modus fährt, dann kommt er sogar mit 80 Prozent Ladung. Und die habe ich so nach 50 Minuten erreicht. 260 Kilometer weit. Dann muss ich aber schon ein bisschen vorsichtig sein. Keine Sitzheizung und nicht zu viele elektrische, elektronische Spielerchen einschalten. Aber ansonsten, für den, für den es größenmäßig passt, ist das ein richtig feines Auto, was auch an der Ampel, wie fast alle E-Autos, richtig Spaß macht.